hallo und herzlich willkommen zu der dritten folge note projekt aber egal weiter geht es auf unsere suche zu irgendeiner location die uns irgendwie halbwegs gut gefällt und das kann bei uns eine weile dauern bei uns bei dir na ich möchte einfach mal verhalten du bist so wählerisch immer du hast auch schon wählerisch durchgelassen ich wollte schon gerne oben auf den berg bauen ich mag nicht auf dem berg und ich mag es irgendwie mehr wenn es flach ist haben wir haben problem wir haben mehr vor dem haus haben wir alles bei so das ganze backpack schmeißen wir ins meer und kommen wir als nächstes zurück wer das als gag verstanden hat der kann sich schon mal eine kugel geben mit zum abend Kann ich mit meinem Backpack craften? Ja, eigentlich schon. Wenn ich das craften annehme, crafte selber. Du brauchst das, 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 das und das. Immer das erste vorne. Kannst ja auch mehrere machen, wenns gehen. So. Was klar, dann schauen wir mal. Das kann ich aber so gar nicht craften. Wieso? Ne, hier gibt es ja nichts. Nein, klick mal auf das erste. Ach so. Du bist hier aber gar nicht. Ja, stimmt, das musst du aus dem Kopf craften. Ich weiß, wie es geht aus dem Kopf. So, stopp, das kann ich dir gleich sagen. Ne, ich muss selber gucken. Oh, da leck mich fett. Gib mich mal Tabak. Ne. So. Geil. Dann halt, ne. Geil. Brauchst du noch Nähler? Eigentlich Nähler. Ich glaube, du kannst hier dann mit an Bord kommen. Ja, darf ich erstmal hin? Oder ich kann mich hier rein setzen. Oh, das kommt alles. Hier drin? Ja. Einfach nur gerade runde rein. So. Dann machen wir mal eine Runde Schriftstreise. Dann machen wir den Leissschlenker. Ich hab mir den Leissschlenker. Der hat mich schon mit dem Zeitpunkt gemacht. Oh, guck mal meine. Haufen so Fliegenreste drin. Ja, bei mir ist es hauptsächlich eine Scheiße. Ah, ne. Auch gegen Scheiße ist ja nicht so schlimm wie Katzenscheiße. Die stinkt nicht so. Ja, genau. Die stinkt nicht so. Sieht nicht so häufig aus. Weißt schon. Zum voraus. Jo, ja mein Zum. Hm. Was ist denn im Sumpf? Weil sie schweifern. Für was? Kleid. Brauchen wir auch mal für. Gescher. Scharfer. Ja, dann bleib doch mal stehen. Nein, nicht da. Nein, auch nicht da. Hm. Da ist ein Duff. Oh, weiß. Oh, den brauchen wir jetzt gerade im Moment noch nicht. Aber wir können noch einen Spoiler haben. Hast du Spaß? Ja. Mach den Wegpunkt da. Hm. 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 Ja. Die wird jetzt auch bestimmt später dann können wir was nutzen. Also sei froh, dass du auch sagst. Alles blöde ist nur du fährst so schnell ich sammle die gar nicht. Fünf, sechs hab ich jetzt eigentlich. Ach so. Wir haben auch nicht mehr zum Schreiben. Und wir haben, wie zum Schreiben können wir das machen, sofern wir es wird und ich von der Mal im Moment verhobe. Aber hier gibt es noch nicht die Entschlussung. Du hast mich geholfen, aber hier gab es dir noch immer was. Das ist ja auch nicht. Es ist das einen persönlichen Schreiben. alle mal in Australien gehen. Ist es gut kaputt gemacht? Ja. Ach, für mich ist es einfach noch unten. Frau, jetzt ist es da. Leck ist es bei mir gerade. Hm, haben wir was? Wer ist drin? Komisch. Na dann. Wanderbar noch ein bisschen. Spätestens in der nächsten Folge wir können auch nicht Locating gefunden haben neben dem Fleck. Oder? Aua, ich will mal gucken. Okay. Oh, ja. Gebrenzt. Ja. Jawohl. Ah, das ist ein Lecker. Ja. 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 Man muss ja sagen, Teno Girl ist wie immer der Server. Und bei ihr reicht es schon. Teilweise, wenn man einmal Wasser einfach so vom Berg runter laufen lässt, dann geht gar nichts mehr. Ja. Stimmt. Obwohl ich einen besseren als du habe, ne? Komischerweise. Hm. Aber meiner ist auch immer ein bisschen älter. Hm. Und auch nur ein Laptop und kein PC. Ja. 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 Da ist er gesammelt, die zwei. Nee. Da ist er gesammelt. Ich glaube, ich habe ein schönes Stück Land voraus. Oder? Sieht schön gerade aus. Jo. Guck mal, schönes Haushausflascher. Und diesmal ohne Chisel. Ohne Carbendorf. Einfach mal in Vanilla-Style. Schönes Haus bauen, oder? Boah, halt doch. Reicht doch, du bist doch noch vorbei. Endstation. Warte, jetzt nicht. Ich mache gleich zum Hafen die Ecke. Oh, da machen wir gleich laufen. Und das zwei. Und das zwei da hat ich gleich irgendwo hingekommen. Wenn die hier drüben willst du ja, ne? Mhm. So, Hausfarbe. Hier so auf diesem feinen Land. Ich hätte gesagt, hier. Großer Teil der Pistole. Da war noch irgendwo. Hallo, da kann man mal. So, wir nehmen mal gleich so wie es ist und dann passt das. Darko kann man da nehmen. Wir haben alle anderen Halsarten drin. Das Einzige was uns da fehlt, Dschungel. Aber das holen wir so noch. Ja. 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 Oder hackt der Spech. Das hat die Viecher aus der Ebene. Komm, wir uns ja mit einperlen. Guck mal, ich hab Rasen gemäht. Wie im echten Leben. Überall stehen noch Stuppe. Und wenn der Welt-Creator das nicht ordentlich macht. Vielleicht das so. Ja. Was ist das ein Schmutz? Ja, bist du König des Bettes? Ich hätte einen Kleinstoffstest oder was? Ja. Oh, baust du erstmal ein bisschen Kisten hin? Aber ich glaube, eine bestimmte Modell zu einfügen. Und zwar die Quark-Mods. Hä? Die Quark-Mods mache ich rein, weil durch die Quark-Mods haben wir verschiedene Kistenfarbenarten. So können wir die am besten nebeneinander stellen. Und vielleicht noch die mir auch machen. Oh, tust du am besten ein bisschen weg. Also, ausgereift. Und der andere. Ja, übertreibt es nicht gleich. Oh, zwei. So. Eist das, was wir haben. Bitte. Wunder von meinem Grundstück. Doch nicht du. Nee, nicht du. Ich hätte mir das mit dem Dusch ab. Und nehme ich dir. Oh Gott, ist mir warm. Oh Gott, glüht beim PC sich einer ab. Ich will das Kleinstoff sein, wie eine Katze den Schwanz um den Gekehrt pischt. Ja. Vorsicht, kann man ja, ich will dir mal einen Schwanz kurbeln. Ah. Oh Gott. Oh Gott. Du machst das ganz ganz, ganz ganz witzig. Entschuldigung. Nein, ich versuche gerade ein bisschen Erdsamen zu bekommen, weil ich was vorhabe. Ich bin nämlich hinter uns, mal nur das Bar so zu machen. Ja, das war's. I have a method. Ah, unmistös. der pokémon go applaud wo brauchst du das haus hin ich baue das um die kisten rundherum ich weiß nicht wo ich ein kreis machen kann schön da wo die weiter stellt soo hier haben wir die dacooks platten ich fange mit dacook an und arbeite mich dann durch vörge mit weiter also dark vörge mit dem mischer die wenn die die das die 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 Ich brauche nur Weizen, Karotten und Kartoffeln einfach. Nojo. Die Beetroot, so wie die Scheiße ist, kann ich nicht genau sagen. Ich brauche jetzt was für mich. Hast du was da irgendwie schon hier? Nein. Hast du gesagt? Ich denke, dass du schon was wirklich gebracht hast. Und dann... Das ist gut. Ja. Das ist gut. Ja. Das ist gut. 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 Was machen wir denn in diesem Haus? In dieser Welt? Nein! Da kommt Essen hin! Bin da schon dabei zu kollegieren, du es sagst. in dieser Welt hast du den Haus baust. Nein, nein. Mach mal. Du baust auch relativ geile Puten. Nein, mach mal. Dir gefallen deine oder so? Nein, nein. Auch mir. Du bist jetzt ein bisschen tuffig, bloß weil es in YouTube ist. Cool. Hat damit nichts zu tun. Kannst du dir auch jetzt mal gefallen tun. Was denn jetzt noch? Kannst du dich noch an das Planet der Affenhaus erinnern? Äh, welchen? Das wo Enrico mit auf dem Zauber war. Das Haus. Da wo du halt so viereckig bist und dann so einen Gang vorwärts machst. Bitte was? Ach, du machst so Sachen als Rechteck, so, so und dann hast du davon nochmal einen Gang. Ja, was ist damit? Kannst du mir mal die Grundriss reißen davon. Ja. Ich möchte dann das ausbauen. Wie groß ist und welche Pfeiler? Die Pfeiler sollen Birke sein. Den ersten Pfeiler kannst du, ähm, warte. Der Grundpfeiler, warte. Ich setz nur den ersten Pfeiler. Der erste Pfeiler kann hier. Okay. Okay. Als ich weg mich begeleite. Ich hätte die Leidigkeit doch galt. Da sind wir ein L기릿y besoin. Wo soll die Schnauze sein? Wo soll die Schnauze sein? Da vorne am Wasser soll die Schnauze sein und nach hinten soll sie es weiter führen. Das ist so gedacht, dass hier kurz dahinter an der Kiste das lang läuft. Wenn sich einer fragt, was das von einem Mod ist, dass ich Bäume mit Sprint lassen kann. Wenn einer die passende Konfig noch dafür haben will, einfach mal sie. Oder was hast du dazu? Nein. Da haben wir dazu noch unsere Hotmailbau und da kann man sich die Kaffee grunerleiten. Die Kaffee grbledein, die Kaffee grün. Das ist ja wohl sehr schön, dass ich das jetzt noch ein paar Mal auspüren habe. Das ist so gut Das ist so gut Oh mein Gott Das ist ein Blockfall Das ist ein Blockfall Da brauchen wir nur noch den Fleck nach hinten Wie groß will ich das haben? Ich glaube ich denke es wird reichen Hier Hier? Ja genau Ich hab keine Ja Den Rest kannst du ja eigentlich selber jetzt haben Ja Den Grundriss hast du ja so größtenteils gerade gemacht Joa Kriegen wir auch schon irgendwie Und damit enden Na Sprachfehler Scheißenbrech Ich wollte damit sagen Mit diesem Grundriss Von den Chaos Endet unsere jetzige Folge Oder was sagst du Ja Dann sagen wir einfach noch Wiederschauen und reinhauen Bis später Ciao Duigs 四 Ja J Ja Ja ��